Was geht YouTube Tactics ist hier, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und willkommen zu einer neuen Marktanalyse zu FIFA 22. Heute ganz große Themen, einmal komplette Weekend League Qualifikationen und Weekend League Änderungen ab Donnerstag, denn da geht die neue Season los. Dann haben wir die Versus Ice Karten, die Kompensierung bekommen, sowohl einmal vom Montag, weil Montag war ja dieser Switch von Versus Fire auf Versus Ice Karten nicht so gelungen. Da waren beide Versionen in den Packs und die Leute, die dann trotzdem die Versus Fire Karte gezogen haben, obwohl man eigentlich die Versus Ice Karte ziehen sollte, die haben dann eine Kompensierung dafür bekommen und die Versus Ice Karte noch zusätzlich bekommen. Und dann der wahrscheinlich noch größere Fehler und der, der wahrscheinlich dann jetzt am letzten Endes nochmal die Karten sehr stark droppen lässt, der Fehler am Donnerstag, als sie für eine kurze Zeit gar nicht in den Packs waren als Special Karte, sondern als Gold Karte. Da werden wir uns gleich drum kümmern, denn da sind wirklich die Preise extrem nach unten gegangen. Zusätzlich kümmern wir uns so ein bisschen um die Winter Wildcard Karten, wann wir die einkaufen sollten, um Steam of Week und zusätzlich natürlich nochmal um den Content von gestern. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, sehr, sehr gerne noch ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und dann starten wir direkt rein. Etwas, was vielleicht ein wenig unterm Schirm ist oder unterm Radar, wir haben gestern nicht nur eine League A Meilensteinspieler bekommen, hier dieser Bertomir, hoch geringe Arbeitsraten, sieht nicht schlecht aus. Er erinnert mich ein bisschen von den Stats und von den Ingame-Werten an Fekir, vor allen Dingen mit den 4 Sterne, 4 Sterne. Aber ich glaube, der ist nicht so ganz genial. Ich muss sagen, auf einer der wenigen, ich weiß gar nicht, wie die Karten heißen hier, Ligaspieler, nenne ich es jetzt tatsächlich einfach mal, wie es da unten drunter steht, die mir schon etwas mehr gefällt. Aber es ist, ja, sie stechen halt nicht raus. Ich muss dazu sagen, vor allen Dingen haben wir hier auch Defrel als Z2M schon als Franzose bekommen. Ist halt ein bisschen konkurrierend und wenn wir uns dann hier diese Squad-Foundations angucken, die wirken teilweise deutlich besser. Deswegen, ja, für die Leute, die sagen, hey, der passt genau in mein Team oder den brauche ich gerne mitnehmen, aber, ja, ich will ihn nicht schlechtreden, er ist okay. Aber wir haben zusätzlich noch einen Token bekommen, denn wir kriegen hier diesen Len-Eyes oder Len-Eyes zusätzlich zu einem 35k-Pack. Wenn wir diese Aufgaben hier abschließen, heißt, ich glaube, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich so ein bisschen der Überraschungsball-Modus. Genau, Überraschungsball-Modus müssen wir spielen. Hier trifft wir acht separaten Partien. Ich denke, das wird relativ schnell gehen, weil man auch hier wahrscheinlich beim 1-0 quitten wird oder viele beim 1-0 quitten wird. Das einzige lästige wird wahrscheinlich dann am Ende diese zwölf Tore zu machen. Vielleicht findet ihr ja jemanden, womit ihr dann relativ viele Tore machen könnt. Das war zumindest in den Objectives gestern der Content, den wir bekommen haben. Und dann haben wir natürlich hier diese Tyler-McLore-SBC bekommen. 91 Pace, zwei Sterne, zwei Sterne, nicht so genial. Gering hohe Arbeitsraten sind ganz in Ordnung oder relativ gut eigentlich tatsächlich. Und dann sehen wir Antritt 91 Pace, Sprintgeschwindigkeit 91. 90, dann haben wir Physis, Verteidigung und Dribblingwerte, die extrem stark ausschauen. Also ich muss sagen, für mich eine Karte, die, wenn sie in der Premier League war, auf jeden Fall der Markt hätte gestern ordentlich gecrashed für den Preis. Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, dass wir in Zukunft hier und da mal ein wenig mehr Support für die EFL Championship bekommen werden. Weil so hat er noch gar nicht so viele Stronglings, die man auf dem Markt kaufen kann. Wir haben noch diese Squad-Foundation-Spieler, womit man arbeiten kann. Aber für mich ein bisschen zu wenig Content, dass man wirklich so eine SBC raushaut und so eine starke SBC-Karte raushaut. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man diese Karte nicht abschließt und sich in zwei, drei Wochen denkt, Scheiße, hätte ich das mal gemacht. Weil die Karte dann einfach in dem Moment vielleicht sehr gute Links bekommt und das dann wirklich ein OP-Dreieck werden könnte. Dann haben wir die Freeman-Token-SBC bekommen. Hier nichts Wildes, ein Gold-Pack und die Anforderungen sind wirklich auch nicht so wild. Gerade dadurch, hier kann ich das nochmal als Beispiel zu gestern nennen, 65er Rating, 70 Chemie. Du hast halt so viel Auswahl, auch wenn hier wieder drei Innenverteidiger genommen werden. Einmal das Belohnungspack ist nicht so genial und dadurch, dass es ein 65er Rating und 70 Chemie ist, ist es halt das komplette Gegenteil von der gestrigen SBC und dadurch steigt halt nichts Besonderes an, weil du hast so viel Auswahl, da passiert halt nichts. Dann haben wir die 75 plus Player-Picks, davon haben wir schon eine Menge gestern gemacht und ich habe offline nochmal ein paar gemacht, sie gönnen aktuell gar nicht. Wir werden nochmal ein paar mehr machen, denke ich, und in der Hoffnung, da vielleicht den ein oder anderen Winter-Wildcard-Spieler zu ziehen. Aber aktuell muss ich sagen, ist die Drop-Rate da echt nicht so genial. Und am Ende gab es dann noch das nächste Icon-Set. Also hier muss ich sagen, das Icon-Set ist ganz in Ordnung. Wir haben es geöffnet, sagen wir es mal so. Ich versuche da jetzt nicht zu spoilern, aber ja, es wird sein auf den Zwei-Kanal hochgeladen und ja, könnt ihr euch selber von ein Bild machen. Die SBC-Footer-Preise sind natürlich nicht gestiegen, weil Baby- und Mid-Icons sind natürlich jetzt als SBC nichts Besonderes, vor allen Dingen, weil wir sie schon im Tauschding-Bereich haben. Hier als Baby- oder Mid-Icon-Pack für acht Tokens. Die wenigsten haben da jetzt noch großartig Bock drauf. Entweder kommt ein Player-Pick oder es kommt irgendwas anderes Krasses, was das SBC-Footer steigen lässt. Aber ihr müsst drüber nachdenken. Wir hatten noch kurz vor dem Black Friday zwei Iconsets und zwei Hero-SBCs, die den Markt auch nicht angezogen haben. Ich meine, klar, die waren schon etwas teurer, aber dennoch, es ist super schwer, dieses Jahr SBC-Footer steigen zu lassen. Und deswegen nehmt die kleinen Gewinne mit und die halt einfach öfters, dann habt ihr auf jeden Fall, oder öfter, dann habt ihr da auf jeden Fall, sagen wir mal, mehr Erfolg, glaube ich, am Ende, als wenn ihr immer hofft, dass SBC-Footer einmal wenigstens so richtig durch die Decke geht. Ich glaube, das ist der Fehler, vor allen Dingen hängt ihr dann extrem lange auf diesem SBC-Footer rum. So, kommen wir zu den Spieländerungen in der Weekend League. Und zwar, ich würde sagen, machen wir das einfach so. Wir lesen einfach mal kurz den kleinen Text, den ihr hier gepostet habt. Und zwar, ja, gibt es eine Änderung ab dem 23. Dezember, ab 9 Uhr, glaube ich, unserer Zeit ist das hier. Und zwar, wenn die Season 3 losgeht, wird es folgendermaßen eine Änderung geben. Es war ja so, zu Beginn musste man 1500 Qualifikationspunkte sammeln, dann 2000. Das Ganze wurde jetzt runtergesetzt auf 1250, heißt also, deutlich weniger Punkte sammeln, was schon mal ein großer Gewinn, äh, Gewinn, großer Win ist für viele. Ähm, zusätzlich wurde es dann auch nochmal, ähm, gab es auf jeden Fall noch ein paar Änderungen, was die, äh, was die Anzahl der Spiele angeht und die geforderten Punkte in der Qualifikation, um euch für die Weekend League zu qualifizieren. Heißt, vorher musste man 5 aus 9 gewinnen, was dann am Ende 24 Punkte mindestens gefordert hat, deswegen 5 aus 9. Jetzt hat man 10 Spiele, also ein Spiel mehr, und man muss 4 Punkte weniger sammeln, was am Ende halt immer noch 5 Siege sind, ähm, aber hier, glaube ich, reicht es tatsächlich sogar 4 Siege und 6 Niederlagen. Heißt also nochmal deutlich besser, ähm, für viele und deutlich, ich sag mal, anfängerfreundlich und, und, ja, ich sag mal casual freundlicher. Ähm, das wird natürlich dafür sorgen, dass deutlich mehr Leute sich für die Weekend League qualifizieren können, aber das ist ja nichts Schlimmes, finde ich, und das ist, finde ich, auf jeden Fall eine gute Änderung. Und, äh, ja, das freut mich auf jeden Fall, dass sie dahin auch noch immer übers Jahr hinweg versuchen, Änderungen festzustellen, beziehungsweise zu, zu machen, ähm, um einfach auch der Community ein wenig entgegenzukommen. In letzter Zeit muss man einfach EA wirklich sehr viele Props da lassen, und, äh, das ist eigentlich was Gutes, auch wenn wir das, äh, auch wenn es ungewohnt ist. Und ganz am Ende gibt es hier nochmal die Addition in den Playoffs, so als auch in den Finals, also in der Weekend League selber und in der Qualifikation wird es nochmal, ähm, eine erhöhte Anzahl an Ränge geben mit verschiedenen Rewards. Ich meine, wir haben gestern sowas schon mal bei der Weekend League gesehen, Chris hat das Ganze hier gut gepostet, ähm, und zwar hier sowas zum Beispiel, es gibt jetzt insgesamt zehn Ränge, ähm, wobei einen Rang hier, hier war das, das ist der, der Rang 6, da war das Team of the Week Pack Untrade, ähm, das wurde nochmal tauschbar gemacht, und ich glaube, er hatte hier irgendwie bei dem, ich glaube, Rang 3, ähm, äh, 51 K-Set gemacht, hier sind es, glaube ich, 250 K-Sets, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ähm, oder irgendwie sowas in die Richtung, genau, bei Rang 3 sind es zwei, nicht nur 51 K-Set, also ziemlich, ziemlich stark, was sie sich da einfallen lassen haben, im Endeffekt bei den Weekend League Rewards, muss man halt sagen, ähm, denke ich mal, sind die größten Änderungen eher für sehr gute Spieler, hier unten hat sich nicht so viel geändert, aber die Qualifikationsänderungen könnten ganz interessant sein, sie sind noch nicht da, sie werden wahrscheinlich erst dann kommen, wenn am Donnerstag die, ähm, neue Season beginnt, aber das ist zumindest die, der Standpunkt, den wir aktuell haben, und dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das sind die, ja, Versus-Eiskarten, die wir erstattet bekommen haben, bei mir ist es auch gekommen, beziehungsweise, wenn ihr in FIFA reingeht, bekommt ihr einmal diese Pop-Up-Nachricht, von wegen, hey Leute, die Versus-Eiskarten, oder vielen Dank für eure Geduld, oder sowas, da geht gar nicht, da geht es gar nicht explizit um, äh, explizit um die Versus-Eiskarten, aber es wird gesagt, hey Leute, danke für die Geduld, hier habt ihr eure Kompensierung, oder sowas in die Richtung, und ich habe hier meinen Pereira bekommen, ähm, in, in, in Erstbesitzer tauschbar, und ich denke, das werden nicht nur, also nicht nur Pereira werden einige bekommen, sondern gerade so Karten, wie Gabriel Jesus, oder so, werden wahrscheinlich genommen, also hier, the impacted players have been identified and correct content has been provided in-game, thanks for your patience, well, we worked out on the resolution, und, ja, was soll ich sagen, Leute, die Karten sind gedroppt, die Karten sind sehr, sehr gedroppt, bevor ich das hier nicht, äh, gleich vergesse, äh, Traoré hat tatsächlich jetzt seine 87er-Rating bekommen, das heißt, EA gibt ihm das Weiterkommen-Upgrade, ähm, das ja praktisch jetzt noch gefehlt hat, sie hatten ja noch das Spiel offen gegen, gegen Tottenham, was ja nicht stattfinden wird, heißt, Tottenham ist raus, äh, Traoré kriegt noch das zusätzliche Upgrade, und ist jetzt über Nacht von, ähm, 15 auf 24k wieder angestiegen, Tendenz, würde ich sagen, ist hier sogar tatsächlich, ähm, ein wenig steigend noch, dass er vielleicht auf 27 bis 30k gehen könnte, wenn, äh, ja, alle Leute jetzt langsam wach werden, ähm, und das dann sehen, dass sie da eventuell einkaufen, also, ja, eine ganz coole Karte, aber darum soll es jetzt, wie gesagt, nicht gehen, es geht um die Versus Icegarten, und holy moly sind die Garten gedroppt, wir haben den Gabriel Jesus aktuell bei, 595.000, ein kleiner Rebound findet gerade statt, aber lasst euch davon nicht irgendwie beirren, wir sehen hier, er ist von 702, oder sagen wir eher gestern, 920.000 auf unter 600k gedroppt, äh, im Tief war er jetzt eher bei, ich sag mal, circa 570.000, weil Werde ist gestern von, ja, er war hier bei 440.000, oder 444.000 gestern von 592, also auch er ist um 140.000 gedroppt, ein Marcus Rashford ist bei 2,69, er ist circa um 80.000, 90.000 gedroppt, also man merkt natürlich, dass so Karten wie Gabriel Jesus deutlich mehr gezogen worden sind, Kunde habe ich ja, wie gesagt, auch, äh, gesehen, 355.000 aktuell bei 310, Gomez war bei, schauen wir mal hier, über 400k, der ist auch über 100.000 Münzen gedroppt, auffällig ist, dass so Link-Karten, also Leute, die Karten kaufen als Link-Investment, gar nicht mal so krass gedroppt sind, also Mbawu hier, von 89 auf 74 ist gar nicht so groß, und vor allen Dingen hier der Schulz, der bei 23k war, oder 24k, jetzt auf 20k gedroppt, das ist, muss man sagen, sehr wenig, für, für so eine Karte, die wahrscheinlich auch extrem viel Supply bekommen hat, und deswegen, ähm, sehr, sehr interessant, was, was hier passiert, äh, für mich eine Karte, die jetzt schon das Zeichen dafür hat, dass sie viel zu overinvested ist, für diesen Collins, also es soll ja dann in Team 2 diesen Collins geben, hier ist er, der, der hat der Grund ist, warum so Leute, so viele Leute gerade in diese Karte investieren von Schulz, lasst es sein, casht bitte, egal ob der nochmal steigt, casht bitte vor Donnerstag aus, weil, es, er wird droppen zum Release, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Collins, der 89 Pace kriegt aus der Bundesliga, unter 300 oder 400k am Anfang kosten wird, und dann werden die wenigsten Leute ihn spielen können, und Schulz wird wieder am Donnerstag wieder runtergehen, deswegen, wenn ihr investiert habt, versucht frühzeitig auszucashen, also dieser Anstieg von 11 auf 20k, oder gestern halt 24k, war sowieso wild, ähm, und bei Mbappu ist natürlich jetzt auch nochmal sehr viele Leute, die dann investieren, weil sie diesen hohen Preis sehen, diesen Drop sehen, wissen, hey, viele Leute spielen so, aber es werden immer weniger Leute so abschließen, weil immer mehr Leute ihn schon haben, oder generell kein Interesse daran haben, deswegen passt auf jeden Fall auf, das ist auch wieder für mich ein zu geringer Drop, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, dafür, dass halt einfach diese Karts auch sehr viel Supply bekommen, hat, ja, es ist die große Frage, wann kaufen wir ein, und das kann man so per se gar nicht sagen, es ist wirklich ein wenig, das Glückscamblen hier tatsächlich hier zuzuschlagen, es gibt auf jeden Fall die Chance, riesige Gewinne einzufahren, ähm, meine Prediction ist so, dass eventuell der Markt jetzt ein wenig reboundet, beziehungsweise der Rebound findet ja gerade schon ein wenig statt, heißt, dann kommen wieder Leute, die relisten, ähm, die, dessen Karte nicht verkauft wurde, extrem viele Leute werden jetzt in Zukunft aufwachen, und das sehen, und dann ihre Spieler reinstellen, heißt, wir sehen wahrscheinlich nochmal einen, einen erneuten Drop am Morgen, und dann gibt es Leute, die einkaufen, weil sie denken, das ist der richtige Zeitpunkt, dann war es nicht der richtige Zeitpunkt, und dann stellen sie selber ihre Undercuts drauf, heißt also, Trader werden sich daran verbrennen, und dafür sorgen, dass diese Karte, obwohl es eigentlich ein guter Einkaufszeitpunkt jetzt wäre, dann wieder noch weiter runter droppen, also es wird so viele Karten geben, die einfach in den nächsten Stunden, ähm, draufgestellt werden, frisch, und die dafür immer wieder sorgen, dass diese Karten runter gehen, und runter gehen, und runter gehen, deswegen würde ich echt euch empfehlen, versucht ein wenig einfach die Ruhe zu bewahren, ähm, und wenn ihr vielleicht einen sehr tiefen Preis seht, wo ihr sagt, okay, dieser Preis ist auf jeden Fall lohnenswert für diese Karte, dafür will ich die Karte spielen, dann nehmt sie mit, es kann halt sein, dass diese Karte vielleicht auch sehr, sehr lange braucht, um zu rebounden, aber irgendwann habt ihr dann vielleicht, nicht unbedingt Profit, aber einen geringeren Verlust, ähm, den ihr in Kauf nehmt, für eine Karte, die ihr dann auf längere Zeit vielleicht spielt, ähm, eine Karte wie Valverde, oder Kunde und Gomez, das sind so Karten, die ich mir eigentlich anschauen werde, weil ich glaube, dass der Supply von Jesus und Korea extrem groß sein wird, und für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass ein Ressource mit dem Supply, den er bekommen hat, so schnell wieder rebounden wird, das ist, ähm, einer der größten, glaube ich, Markt-Impact-Fails, die wir in den letzten Jahren hatten, und deswegen müssen wir da einfach auch den Respekt zollen, sagen wir mal, und nicht einfach denken, okay, das wird jetzt wie beim Inform sein, lass einfach jetzt schnell investieren, dann geht er wieder um 50k hoch, er wird irgendwann hochgehen, aber die Frage ist halt wirklich, wann, und das ist halt, das ist, das ist sehr, sehr schwer zu prädiken, muss man sagen. Zudem sind aber auch die Versus-Fire-Karten natürlich gedroppt, ihr seht es hier, Gabriel Jesus beispielsweise bei, ähm, unter 900.000, der war gestern noch bei über 1 Million, das liegt natürlich daran, dass wenn die Konkurrenzkarte, äh, Konkurrenzkarte auch so krass droppt, das ist natürlich auch er ein wenig im Preis droppt, das sehen wir auch bei Korea beispielsweise, gestern war die Karte hier bei über 200.000, jetzt bei 165, weil sich halt nicht so viel ändert bei den Karten, und die Leute dann eher zur günstigeren Alternative greifen, weil Werde bei 653 beispielsweise, ähm, muss man sagen, ist natürlich auch dann noch ein kleinerer Preis-Drop, der droppt in letzter Zeit eher so, eh schon ein wenig aufgrund von Modric, ähm, aber das gibt ihm jetzt nochmal einen kleinen Tritt nach unten, ähm, aber dadurch, dass er halt 4 Sterne, 4 Sterne hat, ist er dann doch die erfolgreiche oder bessere Karte, heißt, eventuell könnte man sich hier ein wenig umschauen, bei Valverde oder so, weil, oder Kunde oder Gomez, ähm, oder Gabriel Jesus, weil diese Karten sind eher weniger geimpacted, sagen wir mal, ähm, von, von diesem, sagen wir mal, Fail als, als die Versus-Eis-Karten. Dann, machen wir weiter mit SBC-Futter, und hier fragen mich sehr, sehr viele Leute, okay, warum steigt SBC-Futter nicht an, und es muss eine wiederholbare Icon-SBC kommen, oder wäre diese Icon-SBC, die wir gestern bekommen haben, wiederholbar, dann wäre SBC-Futter gestiegen, bin ich ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, auch bei 350K, klar, eine Baby- oder Mid-Icon-SBC ist ganz nett, und sehr viele Leute würden sie häufiger als einmal abschließen, aber ich glaube nicht, dass das SBC-Futter dadurch angezogen wäre, oder nicht so gut angezogen wäre, weil es halt am Ende auch wieder uninteressant ist. Wir haben jetzt die Prime-Icons drin, und das Baby- oder Mid-Icon-Player-Pick, äh, das Pack so, ähm, das haben wir schon häufig gesehen, und ich denke mal, ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt das letzte Mal war, dass wir dieses Pack gesehen haben, und das nächste Icon-Set wird nicht mehr dieses Set sein, und, dann könnte SBC-Futter interessant sein. Wie gesagt, Player-Picks sind immer sehr beliebt, weil du kriegst direkt zwei, wahrscheinlich zwei, es könnten aber auch drei sein, ähm, Baby-Icons dann zur Auswahl, es kann aber auch ein garantiertes Mid-Icon-Set sein, was ich jetzt eher nicht so geil finden würde, muss ich sagen, weil, ähm, da würde ich eher sagen, tatsächlich werden die Player-Picks ein wenig interessanter, oder vielleicht kommt sowas Baby- oder Mid-Icon-Player-Pick auch raus, das wäre, das wäre auf jeden Fall, ähm, etwas, was den SBC-Futtermarkt anziehen würde. Ansonsten würde ich sagen, gibt es aber noch sehr viel anderen Stuff, der jetzt die Tage kommt, wir kriegen die AWA-SBC, wir haben andere Spieler-SBCs, zusätzlich vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Überraschungen, die EA raushaut, also, die Wundertüte steht noch irgendwann bevor, auch wenn das wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern wird, also, ich bin positiver Dinger, was SBC-Futterpreise angeht, aber, ich habe ja gesagt, ich würde mich tatsächlich eher im Low-Budget ein wenig umsehen, ähm, im High-Tier-Budget bin ich kein großer Fan von, weil dafür werden einfach dann zu wenig SBCs im High-Tier-Budget irgendwie gefordert, beziehungsweise gemacht, dafür sind die SBCs aktuell auch einfach viel zu günstig, ähm, wo wir noch drüber reden müssen, sind die Icons-Spieler-SBCs, hier haben wir aktuell nur noch Viera und Kien, ähm, da bin ich fest von überzeugt, dass wir auch in den nächsten Tagen hier Content bekommen, je besser die SBCs, desto interessanter natürlich auch für High-Rated Stuff, aber dadurch, dass halt auch wieder so viele Prime-Icons so günstig sind, also, wenn wir hier einfach mal die Vergleiche ziehen, ähm, zu den Prime-Icons, sind Lahm bei Prime, bei, ja, knapp unter einer Million schon, letztes Jahr war die Prime-Icon, okay, man muss dazu sagen, sie war neu, ähm, aber sie war, sie hat bei 2,2 Millionen gestartet, nehmen wir jetzt einfach mal eine Karte, die schon länger dabei ist, nehmen wir mal sowas wie Sokrates, wahrscheinlich ist das hier auch, ist er überhaupt drin, ja genau, Sokrates, der ist bei 1,2 Millionen, und, ähm, gucken wir uns mal das im letzten Jahr an, da ist er bei 1,5 ungefähr, gewesen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also die Karten fangen an, deutlich schneller ihren Preis zu finden, und sich deutlich schneller einfach an diesen, an diese, ja, ich sag mal, sehr tiefen Markt, was die Icons angeht, anzupassen, und, ähm, deswegen sind halt Prime-Icons auch wahrscheinlich, die als Spieler-SBCs kommen, ähm, in dem Icon-Abschnitt, deutlich günstiger, und da wird SBC-Futter auch nicht mehr so ganz, äh, ganz interessant sein, also, man muss abwarten, was da passiert, aber, ähm, ich glaube dennoch, dass das Low-Budget-SBC-Futter ein wenig in Zukunft ansteigen, beziehungsweise anziehen wird. Dann haben wir diese Team-of-the-Rig-Prediction von Footbin, ähm, nie so ein großer Fan von den Footbin-Prediction, das habe ich schon häufiger gesagt, aber, ein paar SBC-Futter-Karten könnten hier ganz gut out-of-Packs ansteigen, ähm, Gnabry finde ich ganz interessant, ähm, selbst ein Rafa könnte ganz gut ansteigen, oder wir haben hier wieder einen Cancelo, der rausgeht, Pickford ist anscheinend auch zur Auswahl, aber man darf jetzt nicht zu viel verlangen, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, Upamecano ist hier zum Beispiel nicht in der Prediction, ähm, was natürlich Sinn macht, wenn Gnabry dann im Endeffekt, äh, sein In-Form bekommt, aber mal schauen, entweder Gnabry oder Upamecano, einer von den beiden, sollte ein Team-of-the-Week erhalten, und so langsam können wir dann auch wieder anfangen, in Team-of-the-Week-Karten zu investieren, ähm, wir haben hier zum Beispiel, äh, okay, das wollte ich eigentlich vorhin erwähnen, Timo Werner ist auch gedroppt, aufgrund von Jesus, ähm, wir haben hier zum Beispiel beim Team-of-the-Week, glaube ich, wieder ein paar Optionen zu investieren, auf der einen Seite haben wir Thibaut Courtois, in meinen Augen eine Karte, die, ja, vielleicht mit etwas Glück sehr, sehr gut rebounden könnte, weil wir haben natürlich sehr viel Real Madrid-Hype aktuell in diesem Jahr, ähm, und er hat natürlich diesen Link zu Ida Militao zum Beispiel, ähm, der ja sehr interessant ist und am Ende des Monats sein Upgrade bekommt, halt, da könnte vielleicht ein bisschen Augenmerk drauf kommen, viele spielen vielleicht OTV Alaba oder haben vielleicht den roten Player-Pick von Alaba spielen generell sehr viel Real Madrid in ihrem Verein und das könnte so eine Karte sein, die recht interessant ist, in meinen Augen, ähm, als Link-Investment zu diesen Karten und dann in näherer Zukunft ein wenig ansteigt, ähm, Atal vielleicht auch nicht schlecht, Sterling würde ich aufpassen, weil Sterling halt jetzt bald eine neue Special-Karte bekommt, bei Barrela muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, wie der Impact ist, ich glaube, dass diese Karte gar nicht so viel gezogen wurde und wenn wir uns mal den 86er-Verlauf anschauen, der war damals bei 76.000, natürlich Team of the Week 2, andere Geschichte, ähm, aber der ist auf über 150.000 oder 140.000 gestiegen und für mich ist dieser Preis hier aktuell bei 89.000 bei der Beliebtheit dieser Karte ein wenig zu gering und ich kann mir vorstellen, dass der auch irgendwann den 6-ständigen Bereich bei über 100.000 knacken wird, ähm, also für mich auch eine Karte, die man überlegen kann, als Club-Stocking mitzunehmen, zu dem haben wir aber leider, muss man dazu auch sagen, nicht so viel Serie A-Stuff irgendwie in näherer Zukunft, heißt, da gibt es noch ein bisschen mehr, vielleicht könnte er durch Aua, wenn der günstig ist, ein wenig droppen und dann kann man noch mal überlegen zu investieren, aber, ähm, für mich eine Karte, die in der Serie A fast in jedem Team, äh, ja, vorhanden ist, äh, wenn man ihn nicht untrade hat, wird man ihn sich wahrscheinlich als 87er-Version holen. Bei den Winter-Wild-Karten muss man ganz klar sagen, hier ist es auch wieder so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Meine Prediction ist, dass diese Karten out of Packs sehr gut anziehen könnten und das Ganze ab Donnerstag, denn die viele Leute haben es vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Die Winter-Wild-Karten aus Team 1 werden nur bis Donnerstag 19 Uhr in den Packs sein, was untypisch für eine Promo ist, aber ich denke mal, dadurch, dass es am nächsten Tag Weihnachten ist, wollen sie eventuell schon mal dann Team A2 ein wenig vorziehen, weil sie wissen, da wird weniger Aufmerksamkeit draufgelegt und dann wollen sie dieser Promo vielleicht nochmal die Chance geben, am Donnerstag viele Lightning-Rounds ziehen zu lassen, heißt, da vielleicht immer ein bisschen Geld verdienen, weil ich denke mal, die Spieleaktivität am Freitag und am Samstag wird nicht so groß sein, vielleicht Samstag ein bisschen mehr, aber Freitagabend wird wahrscheinlich nicht so viel los sein und dann wird so ein Promo-Release vielleicht nicht so gut passen, deswegen droppen sie wahrscheinlich die ganzen Karten schon am Donnerstag. Was heißt, dass ein Tag weniger zu ziehen ist? Diese Karten bekommen keine Top-Partien mit und das ganz Interessante ist natürlich dann hier auf jeden Fall, dass diese Karten vielleicht überraschenderweise für viele aus den Packs gehen und Leute dann anfangen panisch einzukaufen, heißt für mich einen Einkaufszeitpunkt hier wie Donnerstag morgen zu den Rewards, gerade im Hinblick auf die Meilensteine, die wir bekommen, könnte das sehr, sehr interessant sein. Am Ende würde ich nochmal über Leaks sprechen, heißt also, wer keinen Bock auf Leaks für das nächste Team hat, also das komplette Leak-Team, dann gebe ich euch jetzt so ein paar Sekunden, ansonsten skippe ich jetzt aufs Team in 3, 2, 1, let's go, da ist das Team, ich muss sagen, für mich ein Team, was sehr, sehr gut ausschaut, ich glaube, dass einige Karten davon sehr interessant sein, auch sehr teuer werden, gerade wenn wir uns diese Karte hier anschauen, Wahnsinn, wie die aussieht, Lukas Mura mit einem sehr, sehr genialen Upgrade, plus halt wieder Position Change auf Z2M, gefühlt einmal pro Jahr ist der da, auch sehr coole Karte, Morales sieht auch wahnsinnig aus, also viele Karten, die wieder sehr teuer werden und ich bin sehr, sehr gespannt, vielleicht gibt es dann eine Karte, auf die ihr euch besonders freut, ich glaube Collins ist sehr, sehr beliebt und Martial glaube ich auch, vielleicht kriegt der auch endlich mal wieder eine sehr spielbare Karte, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hat der 4-4 oder 4-5, 4-4, vielleicht kriegt der sogar einen Weakfoot oder Skillmove Upgrade, das wäre echt krass und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was die Karten einfach so können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video, horte rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.